Willkommen zu einer neuen Pascade-TV-Folge. Ich beginne mit den News. Am Mittwoch ist Elterntreffen der 3a und AG-Einwahl für die 5. und 6. Klassen in der Mensa von der Schifferstraße. Und am Freitag ist Jahrgangsfest der 10. und 12. Klassen. Der heutige kuriose Feiertag heißt Tag der Erholung. Ich finde, der Tag passt gut, aber auch nicht gut, weil wir haben jetzt die erste Schulwoche rum, manche müssen sich vielleicht erholen, manche vielleicht nicht. Unser heutiges Song der Woche ist Wake Me Up von Avicii und dieser Song ist dazu gedacht, um euch weiterhin motiviert zu halten, obwohl jetzt schon die zweite Schulwoche anbricht. Hey Theresa, bist du eigentlich geimpft? Ja natürlich, du etwa nicht. Doch! Im zweiten Teil haben wir geimpfte Schüler zu der Impfung befragt, also schaut es euch an. Ich habe mich impfen lassen, um wieder frei reisen zu können. Also ich hatte eben einen Arzttermin. Und warum hast du dich impfen lassen? Für meine eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Gesellschaft. Ich habe mich impfen lassen, um meine Familie zu schützen. Okay, jetzt haben wir hier Emma und Paulina. Warum habt ihr euch impfen lassen? Ich möchte noch mal für ein paar mehr Sicherheit haben. Weil wir ein bisschen mehr Sicherheit haben. Und vielleicht sogar ein paar mehr Freiheiten. Und wann habt ihr euch impfen lassen? Am Donnerstag. Ich habe mich impfen lassen, weil ich sehr gerne was mit meinen Großeltern machen möchte und weil das Impfung einfach sicherer ist. Ich habe mich impfen lassen, damit ich wieder gewisse Freiheiten habe. Jetzt haben wir hier noch zwei aus dem siebten Jahrgang. Berenike und Elise. Meine erste Frage ist an euch. Wann habt ihr euch impfen lassen? Für zwei Wochen. Also ich wurde bei Anfangen der Ferien geimpft und auch gestern. Und warum habt ihr euch impfen lassen? Weil wir irgendwann demnächst mein Roman versuchen im Altersvorgang. Und das durfte ich sonst nicht. Damit ich Sachen machen kann, die für nicht geimpfte bald nicht mehr gehen. Ich habe mich impfen lassen, um nicht meine Familie zu schützen. Jetzt habe ich hier Victor. Die erste Frage ist, warum hast du dich impfen lassen? Damit ich andere Leute nicht anstecken kann und mich selbst auch nicht anstecke. Und ist es deine erste oder schon deine zweite Impfung? Ich hatte erst meine erste Impfung. Ich habe mich impfen lassen, um meine Großeltern zu schützen. Neben mir steht Victor jetzt. Und meine erste Frage lautet, wann hast du dich impfen lassen? Also das erste Mal von den Sommerferien und jetzt in der letzten Ferienwoche hatte ich meine zweite Impfung. Ich muss jetzt also noch eine Woche warten, bis ich dann quasi diesen kompletten Schutz habe. Und warum hast du dich impfen lassen? Einfach weil ich keinen Lust habe auf die schweren Verläufe und ich werde auch meine Großeltern schützen, meine Familie auch schützen und ich gehe auch irgendwann mal richtig wieder weg. Ich habe mich impfen lassen, um wieder mehr Freiheiten zu haben. Lasst euch impfen! Das war's für unsere heutigen Pascade-Tikor-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!